Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir geraten ans Ende unserer Serie zum Thema Dr. Ignorantia, belehrte Unwissenheit. Wie kann man heute das apostolische Glaubensbekenntnis verstehen? Und zwar so, dass man als Mensch, der durch die ganzen Aufklärungen und Infragestellungen hindurchgegangen ist, der Naturwissenschaften, der Geschichtswissenschaften, der psychologischen Wissenschaften, der Soziologie, der Religionskritik, auf geläuterte und zugleich reflektiert fromme Weise Christsein. Das war das Ziel unserer Serie Dr. Ignorantia. Und unsere letzte Sendung dazu unter dem Titel Weltaufgang im Weltuntergang ist so etwas wie das große Finale. Und nimmt Bezug auf das Markus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 24 bis 32, wo vom großen Weltende die Rede ist. Denn diese Welt ist vergänglich, so wie unser Leben vergänglich ist. Hören wir als letzten Beitrag einen kleinen Abschnitt aus diesem Text. Da heißt es, in jenen Tagen, nach der großen Not, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Erde werden wanken. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Kann man sich vorstellen, liebe Freundinnen und Freunde, dass die Vision vom Zusammenbruch des Himmels und der Erde eine Katastrophäe im wortwörtlichen Sinn, das griechische Wort Katastrophäe heißt ja Zusammenbruch oder Zusammensturz, ein kosmischer Umsturz, ein Desastrum, ein Sternensturz im wörtlichen Sinn, kann man sich vorstellen, dass solche Visionen einmal Anlass zu größer Hoffnung gaben. Wahrscheinlich nur schwer. Unsere Lebenssituation ist derjenigen der Menschen der römischen Spätantike kaum vergleichbar. Ein Drittel der Bevölkerung waren Sklaven. Ein weiteres Drittel besitzlose Plebeja, die von der öffentlichen Getreidezuteilung lebten. Die Lebenserwartung dieser Leute lag im Durchschnitt unter 30 Jahren. Lediglich eine kleine Oberschicht konnte sich ein Leben in Wohlstand und Gesundheit leisten, wie es für den durchschnittlichen Mitteleuropäer der Spätmoderne selbstverständlich ist. Man wird die endzeitliche Haltung der frühen Christen, Dein Reich komme, eile Herr Jesus, maranatha, mach Ende mit diesem Elend, nur verstehen können, wenn man sich vor Augen hält, wie tief Menschen an dieser Welt gelitten haben und leiden. Wo man sich hingegen in der glücklichen Situation befindet, in einiger Rüstigkeit und freundlichem Wohlstand, 70, 80, gar 90 Jahre alt zu werden, das Leben ausschöpfen zu dürfen bis zum Ende, um dann vielleicht ganz am Ende auch noch auf den lieben Gott zu hoffen, da kann man mit unserem heutigen Evangelium nur wenig anfangen. Wir erahnen kaum noch den existenziellen Ernst, mit dem diese Weltendtexte bei Matthäus und bei Markus betrachtet wurden. Versuchen wir daher, uns dem Text Markus 13 einmal von einer anderen Seite her zu nähern. Was ist da eigentlich gemeint mit dem Einsturz des Himmels und der Verfinsterung der Gestirne? Nun, vordergründig wird uns hier der Untergang der Welt als ein kosmisches Drama vor Augen gestellt. Nur deshalb war es möglich, die endzeitlichen Visionen des Neuen Testamentes in der Art auszulegen, als ob sie uns den Untergang der Welt äußerlich, womöglich mit konkreten Zeitangaben schildern wollen, wie fundamentalistische Bibelgruppen bis heute behaupten. Gegenüber solchen Szenarien bietet die Natur Anlass weder zur Hoffnung noch zur Unruhe. Bereits unser kleiner Planet Erde hat noch eine Lebensdauer von mehreren Milliarden Jahren vor sich. Selbst wenn es der Menschheit gelänge, durch Unvernunft und Maßlosigkeit das Leben dieser Erde in den Untergang zu reißen, wäre die Geschichte unseres Planeten noch lange nicht zu Ende. Unser eigenes Spezies Mensch hat ihre Entwicklung, selbst wenn man in sehr hohen Zahlen rechnet, erst vor drei Millionen Jahren begonnen. Solche Zeiträume sind ein geringes in den Maßstäben der Naturgeschichte. Gemessen gar an den Dimensionen seit dem Beginn des Weltalls, mit seinen 1000 Milliarden Galaxien und seinen Milliarden mal Milliarden Sonnensystemen in einer jeden von ihnen darin. Wir Menschen rechnen unsere Geschichte in Jahrhunderten, höchstens in Jahrtausenden. Das sind Zeiträume, die wir uns gerade noch vorstellen können. Die Natur aber rechnet in Dimensionen, die unser menschliches Fragen nach Sinn und Hoffnung, Enttäuschung und Verzweiflung schlechterdings übersteigen. Man sieht, kein biblischer Text hat auch nur die geringste Ahnung von den wirklichen Geschehnissen beim Untergang unseres Planeten oder bei der Geburt einer neuen Sonne. Und die für menschliche Lebensverhältnisse aberwitzigen Dimensionen eines Kosmos, der zwischen 13 und 14 Milliarden Lichtjahren Ausdehnung hat und mehr als 72 Milliarden Lichtjahre Umfang, und solche Vorstellungen lagen vollkommen außerhalb jeglichem biblischen Weltbildes. Alles Sprechen vom Ende der Welt in den apokalyptischen Texten des Frühjudentums und des Neuen Testamentes ist daher in einem strengen Wort des Sinnes symbolisch zu verstehen, als eine mythopoetische Projektion menschlicher Ängste und Hoffnungen in die umgebende Natur. Und die Fragen, die diese Bilder aufwerfen, sind so verstanden nicht, was in einer fernen Zukunft mit unserer Erde oder mit unserem Sonnensystem passiert, sondern wie menschliches Leben sich heute und hier zwischen Heil und Unheil gestalten kann. Es geht mit anderen Worten in dem Evangelium vom Weltende nicht um das Ende des Kosmos. Wohl aber geht es darum, sich zu fragen, was alles aufhören müsste und sollte, um ein Leben zu beginnen, das uns aufschauen lässt zu Gott und uns den verschütteten Möglichkeiten unseres Herzens näher bringt. Denn wie oft stehen wir uns selber im Wege. Wie oft verschatten wir uns und anderen unser bisschen Leben. Nur deshalb bricht Gottes Wahrheit wie ein fürchterlicher Weltuntergang in unsere Existenz hinein. Die eigentliche Perspektive des Weltuntergangsevangeliums im 13. Kapitel bei Markus ist aber nicht Weltuntergang, sondern Weltaufgang. Und so haben wir uns folgender Frage zu stellen. Was eigentlich geschieht, wenn einem Menschen im Lichte Gottes aufgeht, wer er wirklich ist und sein kann? Wenn also die Verschattungen, Verhärtungen, Verdummungen, die Über- und Minderwertigkeitsgefühle und alle damit einhergehenden Selbstverkrümmungen samt Leiden, die ein Mensch sich und anderen damit aufgebürdet hat, definitiv untergehen? Ich stelle mir diese Frage nicht abstrakt. Sie stellt sich mir immer sehr konkret, wenn ich wieder einmal die Nachricht vom Tod eines Freundes oder von einem nahen Verwandten eines meiner Freundinnen und Freunde erhalte. Denn dann ist sie plötzlich da, die Frage, was geschieht, wenn der Tod seine ungeheuer schweigende Leere errichtet. Wenn im Sterben die Sterne unserer Ideale, mit denen wir den Himmel unserer Existenz drapiert hatten, verlöschen. Wenn ein Mensch nackt und bloß in die fürchterliche, unsagbar unsägliche Heiligkeit und Wahrheit des lebendigen Gottes hineinstürzt, wenn mit einem Wort seine Welt untergeht, damit ihm Gottes Welt aufgehen kann. Versuchen wir uns an diese Frage so behutsam wie möglich heranzutasten. Ich möchte dies in einem etwas längeren Angang von fünf Schritten samt einem kleinen Epilog tun, für welchen ich Sie nun um Ihre Bereitschaft zum kritischen Mithören bitte. Der jüdisch-christliche Glaube rechnet mit Gott als Urgrund aller Wirklichkeit. Urgrund aller Wirklichkeit ist, was zwar alles begründet, seinerseits aber nicht mehr begründet werden kann. Damit wird deutlich, dass Gott keine Tatsache der Welt ist. Tatsachen der Welt stehen immer in Weltzusammenhängen. Wer dagegen Gott sagt, meint nichts Gewordenes. Deshalb ist Gott auch kein Gegenstand der empirischen Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaften beschäftigen sich mit den Tatsachen der Welt. Sie erklären ein endliches Faktum durch ein anderes endliches Faktum. Und dieses wiederum durch weitere endliche Fakten. Sie verbleiben dabei stets im Zusammenhang der empirisch beschreibbaren Welt. Warum es überhaupt Welt gibt und nicht vielmehr nichts, darüber müssen Sie uns die Antwort schuldig bleiben. Andernfalls betrieben sie nicht Physik, sondern Metaphysik. Mit gutem Grund beginnt die Heilige Schrift mit den Worten Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Lateinisch Im Principio Creavit Deus Celum et Teram In Principio steht da Und nicht In Initio Ein Initium ist ein zeitlicher Anfang, physikalisch errechenbar, wie etwa der sogenannte Urknall. Dagegen meint Principium den Ursprung von allem, was ist. Principium ist ein metaphysischer Begriff, Initium ein physikalischer. Beide Begriffe liegen logisch auf völlig verschiedenen Ebenen. Wehe man beginnt, diese Ebenen zu verwechseln oder zu vermischen, dann meint man, als Theologe der bessere Astrophysiker und als Astrophysiker der bessere Metaphysiker zu sein, peinlich vergebliche Versuche. Gleichwohl berühren sich beide Ebenen auf der wissenschaftstheoretischen Ebene. Deswegen kann Ludwig Wittgenstein, einer der Gründervetter der analytischen Philosophie, notieren, an einen Gott glauben heißt sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist. Wittgenstein, obwohl den Naturwissenschaften eng verbunden wusste, dass Gott keine Tatsache der Welt ist. Auch die Heilige Schrift weiß darum. Die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, heißt es etwa im Alten Testament im ersten Königsbuch. Ähnlich formuliert es Anselm von Canterbury, der Gründervater der mittelalterlichen Scholastik. Gott ist größer als alles, was gedacht werden kann. Gott übersteigt schlechterdings alles. Er ist von allem Geschöpflichen radikal unterschieden. Und doch ist zugleich alles, was ist, radikal auf Gott bezogen. Gott ist in allem Geschöpflichen gegenwärtig. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, sagt der Apostel Paulus in seiner Rede auf dem Areopag. Als derjenige, der größer ist als alles, durchdringt und umfängt Gott alles. Und zwar notwendig. Denn wenn Gott von der Welt einfach nur unterschieden wäre, wäre er von ihr ja wieder begrenzt. Deswegen kann man nur auf paradoxe Weise sagen, alles ist in Gott und doch ist Gott zugleich jenseits von allem. An Gott glauben heißt demnach zu sehen, dass alles Gewordene ein Ungewordenes und insofern Unvergängliches voraussetzt, aus dem alles ist und in das alles zurückgeht. Mit anderen Worten, in dem alles aufgehoben und zuletzt bewahrt bleibt. Der biblische Glaube behauptet nun aber noch ein weiteres. Wenn Gott der Urgrund von schlechterdings allem ist, also der Urgrund nicht nur der unbewussten Materie, sondern auch der Urgrund des seiner selbstbewussten Menschen, dann kann man zwar sicherlich nicht sagen, dass Gott subjekthafte Personen in der Art sei, wie wir gegeneinander abgegrenzte Subjekte und Personen sind. Wohl aber wird man sagen müssen, dass er, der Heilige, die Qualität des Personalen in sich trägt, und zwar in eminenter Weise. Sonst könnte er nicht der Urgrund von personalen Wesen sein. Gott kann also nicht weniger als Personal sein, man wird ihn eher als Überpersonal denken müssen. Surpersonel, wie Théa de Chardin einmal formulierte, Metaperson, sagt Paul Tillich. Ein unfassliches Ich-Bin-Da, ein unauslotbar abgründiges Ich-Bin, wie die biblische Mose-Erzählung vom brennenden Dornbusch uns vor Augen stellt. Dieses abgründige Ich-Bin-Da kann adressat nicht nur unserer Klagen und Bitten sein, sondern auch unseres Jubels und Dankes und insofern Grund einer kühnen Hoffnung für alle. Kleiner von Gott zu denken, hieße nicht auf Gott hin, sondern von ihm wegzudenken. Das aber bedeutet, wenn Gott als metapersonaler Urgrund aller Wirklichkeit unsere Wirklichkeit durchdringt und unterfängt, ohne doch identisch zu sein mit ihr, dann geschieht unser kleines Leben immer schon in Gott. In allem ist dein unvergänglicher Geist, sagt das Weisheitsbuch des Alten Testamentes. Keinen Atemzug lang können wir aus Gottes Wirklichkeit herausfallen. Sie umgibt und trägt uns in jeder Sekunde unseres Lebens, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Zugleich aber steht Gott uns gegenüber. Wir sind in ihm, ohne doch Teil von ihm zu sein, weswegen ihr ihn zugleich als ein Personal über personales Du ansprechen können. Vater, unser im Himmel. Damit ergibt sich aber nun folgendes Problem. Wenn alle Natur, und wir Menschen sind Teil der Natur, wenn alle Materie, und auch unser Leib ist Materie, getragen und umfangen ist von Gott, dann können wir zwar nie aus Gottes Wirklichkeit herausfallen. Auch wenn wir sterben, fallen wir nicht aus Gott heraus. Auch unser Sterben geschieht noch in Gott. Aber, und das ist jetzt die große Frage, können wir uns dieses Getragenseins von Gott dann noch bewusst sein? Können wir den dreifaltig einen personal, überpersonalen Grund aller Wirklichkeit auch in unserem Sterben und Jenseits unseres Sterbens noch ansprechen und erfahren als ein, vermittelt durch den ewigen Logos uns gegenüberstehendes Du, Vater unser im Himmel? Die Probleme, die hier auftauchen, sind in der Tat massiv. Denn das Wahrnehmung, Empfinden und Bewusstsein, und also auch unser menschliches Gottesbewusstsein, nicht ohne unsere leiblich verfasste Geistbegabung stattfinden, das ist ausgemacht. Menschlicher Geist, so die Neurophysiologie, ist aber notwendig an ein materiales Trägersubstrat gebunden. Können wir in unserem Sterben und über den Zeitpunkt unseres Sterbens hinaus uns dann aber noch Gottes erinnern? Können wir wahrnehmen, dass er sich unser erinnert, uns wahrnimmt, uns anspricht? Wir geraten hier vor folgende elementare Frage. Ist es denkbar, dass eine menschliche Person aufhören kann, einen physischen Leib zu haben, ohne aufzuhören, als identische Person zu existieren? Für eine Naturwissenschaft ist das eine absurde Frage. Sie kann gar nicht anders, als innerhalb ihrer Wissenschaftsparameter Geist auf Materialität, wenn schon nicht einlinig zurückzuführen, so doch wenigstens unauflöslich an sie gebunden zu denken. Kognitive, seelische, emotionale Prozesse des Menschen werden mit Hirnaktivitäten korreliert. Und wo auf dem Elektroencephalogramm die Hirnströme nicht mehr zu verzeichnen sind, vielmehr die berüchtigte Nulllinie erscheint, ist ausgemacht, dass auch das Bewusstsein des soeben verstorbenen Menschen erloschen ist. Was aber, wenn man diese eindeutige Korrelation infrage stellt? Wenn man vielmehr davon ausgeht, dass unser Geist, so wie wir ihn kennen, sich zwar in diesem Leben leiblich materialisiert, er aber, da aus Gott geboren und von ihm getragen, seine eigentliche und wirkliche Trägersubstanz nicht im Materiellen, sondern im Geistigen, nämlich in Gott hat. Ob dann sich nicht alles noch einmal ganz anders darstellen könnte? Ich sagte es schon. Für gewöhnlich meinen wir, mit dem Erlöschen unserer Hirnfunktionen im Moment des Sterbens erlösche auch unser Geist und damit erlösche uns die Welt. Denn nur vermittels unseres leibgebundenen Bewusstseins existiere für uns, was wir Welt nennen. Was aber, wenn was wir Welt nennen nicht hervorgegangen ist aus Materie, sondern Materie und damit Welt aus Geist? Was, wenn ich zu gelten hätte, im Anfang war die Materie, sondern im Anfang war das Wort. Im Anfang war und ist und bleibt Gott. Könnte sich dann nicht alles ganz anders darstellen? In unserem Sterben ginge uns die Welt nicht unter, sondern sie ginge uns in ihrer ganzen erschreckend beseeligende Fülle überhaupt erst auf. Denn wir gerieten, weil in intimste Beziehung zu Gott als dem Urgrund allen Seins geratend, zum ersten Mal in Beziehung zu allem, was ist. Was ist der Grund für solche spekulativen Überlegungen? Nun, er liegt in folgender Beobachtung. So sehr Sinne und Verstand uns einen Zugang zur Welt eröffnen, so sehr beengen und begrenzen sie auch unsere Einsicht in die Dinge. Unsere Augen und unser Gehör, Tastsinn, Geruch und Geschmack, unser ganzes Verstehen und Begreifen, lassen uns die Totalität der Wirklichkeit immer nur perspektivisch erfassen. Mehr noch, unser Leib, dieses Medium, vermittels dessen wir Zugang haben zur Welt, verfremdet, verdunkelt und verschließt uns immer auch die Welt in ihrer Wahrheit. Von daher legt sich folgender Gedanke nahe. Wenn ein wirkliches Rühren an die Wahrheit der Dinge nicht vor allem ein kognitiv-begrifflicher Vorgang ist, sondern vielmehr ein hellsichtiges, alle Sinnen, Seelen und Geistesvermögen einbeziehendes und verwandelndes Erkennen, im biblischen Vollsinn des Wortes erkennen, dann bedeutet das Ereignis wirklichen Erkennens immer auch eine im Wortsinn katastrophale Weitung der spröden Enge unseres kleinen Ichs. Dann bedeutet Erkennen sterben. Sterben freilich nicht in einem finalen Sinn verstanden, sondern in einem verwandelnden, transitorischen, metamorphotischen Sinn. Trifft diese Überlegung den möglichen Sachverhalt, dann liegt es nahe, folgendem Gedanken nachzusinnen. Wenn unser Sterben sich nicht vor allem als ein Erlöschen unseres Geistes vollzieht, wie wir immer meinen und befürchten, sondern gerade umgekehrt unsere leiblichen Sinnes- und Geistesvermögen im Vorgang des Sterbens aufgesprengt werden, auf das Ganze der Wirklichkeit hin, dann müsste man, wie Karl Rahner, der große katholische Theologe, dies einmal gesagt hat, dann müsste man von einem Allkosmischwerden der menschlichen Geistseele sprechen, von einer größeren Nähe, einem innigereren, tieferen und umfassendereren sich öffnen auf jenen schwer fasslichen, aber doch sehr realen Grund der Einheit der Welt, in dem alle Dinge der Welt zusammengebunden sind. In solcher Rede artikuliert sich stammelnd, stotternd, tastend die Überzeugung, dass wir in unserem Sterben geweitet werden, dass wir da in einem wörtlichen Sinne zugrunde gehend an den göttlichen Grund aller Dinge rühren, in Beziehung geraten zu allem, was ist. Natürlich ist ein solcher Vorgang immer auch schmerzhaft, so wie es schmerzhaft ist für den jungen Schmetterling, die hart gewordene Verpuppung aufzusprengen, um endlich ans Licht zu gelangen. Und doch würden wir in den vertrauten Hüllen unserer irdischen Larvenexistenz festhalten, würde sie uns nicht genommen, weil geweitet. Wir könnten niemals des mild glühenden Aufgangs göttlicher Erkenntnis teilhaftig werden, jenes Lichtes, von dem Paulus sagt, dass wir in ihm einander erkennen von Angesicht zu Angesicht, so wie wir in ihm ganz und gar erkannt sind von Gott. Damit geraten wir vor eine fünfte und letzte Überlegung. Sie führt uns zurück zum Evangelium, das den Ausgang bildete. Ich wage noch einmal kurz daran zu erinnern. In jenen Tagen nach der großen Not wird die Sonne sich verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Erde werden wanken. Dann wird man den Menschen so mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Was bedeutet in dem Zusammenhang, den wir gerade hörten, dieses Wort erkennen, von dem wir zuletzt sprachen? Ist es nur ein beseligendes Erkennen? Hat es nicht womöglich auch etwas Erschreckendes an sich, im Lichte Gottes zu sehen, wer ich ein Leben lang gewesen bin? Und ist mit jenem Erschreckenden Erkennen nicht gemeint, was das Alte, Belastete und deshalb in unseren Kirchen kaum noch zu hörende Wort vom Gericht meint, von dem uns doch gerade die Endzeitevangelien am Ende des Kirchenjahres erzählen? Auch hier zunächst wieder ein paar Vorüberlegungen, angestellt von einem Zeitgenossen, der kaum im Verdacht steht, religiös oder kirchlich pro domo zu sprechen, vom Schriftsteller Max Frisch. In seinen Tagebüchern hat Max Frisch Fragebögen zusammengestellt. Man kann sie als eine Art säkulare Beichtspiegel nehmen. Im ersten dieser Fragebögen stellt er folgende Überlegung an. Er setzt den Fall, Es gibt ein Leben über den Tod hinaus. Wen, der tot ist, möchten sie wiedersehen. Wen hingegen nicht. Und im letzten der Fragebögen heißt es, Wenn sie an ein Reich der Toten glauben, beruhigt sie die Vorstellung, dass wir uns alle wiedersehen auf Ewigkeit? Oder haben sie deshalb Angst vor dem Tod? Beide Fragen insinuieren auf feinfühlige und ironische Weise eine Skepsis gegenüber der eigenen Biografie. Wem mag ich im Laufe meines Lebens wohl zum Segen geworden sein? Und wem zum Fluch? Wer wäre mir, wem wäre ich besser nie begegnet? Ob es reine Freude ist, mit der eigenen Lebensgeschichte noch einmal konfrontiert zu werden? Ob es da nicht immer auch viel abgebrochenes, unerlöstes, peinliches, schamvoll Verschwiegenes gibt? Und zuletzt eben auch handfeste Schuld an mir und den anderen? Aber auch das Umgekehrte gilt. Nicht nur bin ich mir und anderen, nicht nur sind andere sich und mir manches schuldig geblieben. Auch das Leben blieb mir und Ihnen viel schuldig. Und sei es nur durch ungünstige genetische Prädisposition, einen schwierigen Charakter oder schlichtweg durch Krankheit, Missgestalt oder Behinderung vielfältigster Art. Ob nicht im Gericht auch dies alles zur Sprache gebracht werden müsste? Sie werden mir glauben, liebe Freundinnen und Freunde, dass ich solche Fragen nicht stelle, um hoffentlich hinter uns liegende Ängste wiederzubeleben, die in früheren Generationen nicht selten durch aggressive Höllen- und Fegefeuerpredigten geschürt wurden. Ich stelle sie um der Wahrheit unseres Lebens willen. Denn wie soll man versöhnt mit der eigenen Geschichte leben? Wie mit der der anderen, wenn nicht definitiv, das heißt erlösend, zur Sprache gekommen wäre, was unser Leben belastet und womit wir andere belastet haben? Die Ahnung, dass Gottes Gericht sich nicht im Erschreckenden erschöpft, sondern geradezu ein Licht für die Welt sein könnte, wie es bei Jesaja im 26. Kapitel heißt, ist uns ja ganz abhandengekommen. Auf genau diese Zusammenhänge zielt das lateinische Wort Purgatorium ab. Purgatoire im Französischen, Brigadiery im Englischen, viel bessere Worte als das deutsche Fegefeuer. Purgatorium meint Reinigung oder Läuterung, meint im Licht der läuternden Aufrichtung Gottes mit einem Mal, auf einen Schlag, zu sehen, wer ich wirklich bin und sein darf und nicht nur, als wäre ich mich selber gerne sehe, sähe oder meinte, sehen zu müssen. Ein solches Erkennen der eigenen Lebensgeschichte hat einerseits, ich sagte es, etwas Erschreckendes an sich, wer sieht schon gerne, wer er wirklich ist. Womöglich hat es aber auch etwas Tieftröstliches. Erinnern Sie sich nur an die große Gerichtsszene im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wo der Richterkönig Christus den zu Gott hin eingeladenen erklären muss, was sie in ihrem Leben alles an Gutem betan hatten. Denn ich war durstig und er hat mir zu trinken gegeben. Ich war hungrig und er hat mir zu essen gegeben. Ich war krank und er hat mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und die zum Gast mal eingeladenen können sich gar nicht erinnern, jemals in ihrem Leben Christus begegnet zu sein. Und so muss er ihnen zu ihrem eigenen Erstaunen erklären, dass sie ihm überall dort begegnet waren, wo sie in selbstvergessener Güte einem Menschen solches taten. Wie viele Wohltaten mögen wir im Laufe unseres Lebens getan haben, wie viele freundliche Worte gesprochen, wie viele trostreiche Gesten und ein anderer konnte leben. Und wir erinnern uns, Gott sei Dank möchte man fast sagen, nicht mehr daran. Ob man diesen Gedanken nicht noch weiter ausmalen müsste, wenn wir schon in diesem Leben Schicksal füreinander spielen und wir erinnern uns nicht daran, könnte es dann nicht sein, dass auch das Purgatorium, das uns allen im Moment unseres Sterbens bevorsteht, Auswirkungen hat für jene, denen wir auf diese oder jene Weise verbunden sind. Was will ich damit sagen? Nun, wo immer die Verhärtungen und Verdummungen eines Menschen, dem wir verbunden sind, im Licht der aufrichtenden Wahrheit Gottes geläutert und geheilt sind, da ist auch etwas von unserer eigenen Lebensgeschichte heilsam geläutert und so ins Helle hinein aufgerichtet. Und heilt das nicht auch uns? Es ist ja so. Zuletzt müssen immer andere für meine Sünden büßen. Unsere Lebensgeschichte ist, mit der unserer Mitmenschen, unserer Eltern und Großeltern, der unzähligen Generationen vor uns, aber auch mit der unserer Freunde und Feinde, Nachbarn und Kollegen, mit der unserer Kinder und Enkel auf vielfältige Weise verflochten. Wenn aber Gott einen Menschen, an den wir auf glückliche, vielleicht aber auch auf schmerzliche Weise gebunden sind, heilt, ist dann nicht auch etwas von uns ins Heilsame gerückt? Und ob nicht dann vielleicht auch wir fröhlicher leben können, aber auch strenger, konsequenter, mit gutem Schwergewicht in unserem Alltag? Die in Vergessenheit geratene Praxis der Beichte vor den Festen Allerheiligen und Allerseelen zielte auf solche Zusammenhänge ab. Die Älteren unter den katholischen Zuhörern werden sich erinnern. Noch vor 40, 50 Jahren wurde an keinem anderen Tag im Jahr so intensiv gebeichtet wie vor Allerseelen und Allerheiligen. Dahinter stand meist unausgesprochen das Fühlwissen, dass man sich versöhnen müsse mit der eigenen Lebensgeschichte. Mit der eigenen Lebensgeschichte versöhnen zu leben, bedeutet aber immer, zu heilen, was sich anderen und was andere an mir getan haben. Nun ist es aber so, dass ich viele meiner Verfehlungen gar nicht mehr gut machen kann, einfach deswegen, weil der Mensch, an dem ich mich verfehlt habe, meinen Gesichtskreis verlassen hat. Was dann? Wäre es hier nicht ein tröstlicher Gedanke, darauf hoffen zu dürfen, ein anderer werde für mich in die Bresche springen und heilen, was mir selber verschlossen ist. Aus dieser Hoffnung heraus, dass Menschen füreinander eintreten können, auch über den Tod hinaus, ist ja die große Vorstellung erwachsen, die Lebenden könnten ausgleichen, was ihre Verstorbenen anderen schuldig geblieben seien. Wir, die Lebenden, könnten die Sünden der Generationen vor uns heilen. Meine Rede, Sie merken es schon, zielt auf den Ablass. Eine Frömmigkeitsgeschichte, die nichts anderes thematisiert, als das Wissen, dass wir Menschen durch die Generationen und Jahrhunderte hindurch miteinander verbunden sind. Nur ein knappes Beispiel. Da hat ein Vater seinen Sohn fürchterlich drangsaliert. Jetzt ist er tot. Nach Jahren hat der Junge das Glück, die Liebe einer Frau kennenzulernen, die so stark und uneigennützig ist, dass die Wunden, die der Alte ihm schlug, langsam heilen. Ist damit in gewisser Weise nicht auch die Schuld des Alten getilgt? Nichts anderes, so scheint mir, steht dem christlichen Glauben vor Augen, wenn er behauptet, es gäbe eigentlich gar keine Trennung zwischen dem Hier und dem Dort, dem Jetzt und dem Dann, weil die Gegenwart Gottes alles umschließt. Vergangenheit und Zukunft fallen in Gottes Augen in eins, weswegen in Gott auch Liebe und Gerechtigkeit in eins fallen. Denn Gottes Gerechtigkeit ist nicht die der Paragrafen, sondern der Liebe. Diese allein gilt. Und indem wir sie uns zu eigen machen, lassen wir andere an ihr teilhaben und so können auch die Wunden heilen, welche jene schlugen, die vor uns gelebt haben. Denn zuletzt ist es allein die Liebe, die uns leben lässt. Und so brauchen wir uns um unsere Verstorbenen nicht zu sorgen, weil ihre Liebe zu uns, da im ewigen Gedächtnis Gottes aufbewahrt, nicht vergeht, ihre Schulden aber geheilt werden können von ihm, dem Ewigen. Und deshalb brauchen wir zuletzt auch, um uns selber nicht zu bangen angesichts der vor uns liegenden Stunde, da auch uns im Untergang unserer Welt die Welt Gottes aufgehen wird. Vielleicht, dass der ein oder andere unter Ihnen jetzt denkt, naja, schöne Gedanken, aber welchen Realitätsgehalt haben sie? Ausdenken kann man sich viel. Das stimmt natürlich. Und doch steht eines fest, ohne Gottes erbarmende Gerechtigkeit gibt es keine Heilung der Vergangenheit, eine fürchterliche Vorstellung. Die ganzen Opfer der Geschichte, nichts anderes als Dünger im Kosmos. So wie es ja auch ohne Fantasie keine Realität gibt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von den großen Erzählungen, Mythen, Symbolen, die uns Dichtung, Kunst und Religion überliefern. Nebenbei bemerkt, ist ja auch eine Naturwissenschaft, die sich zum scientifischen Materialismus aufspreizt und deshalb behauptet, mit dem Tode sei alles aus, keine Wissenschaft, sondern Mythologie. Wenngleich eine gegenüber den Bildern von Bibel und Religion außerordentlich deprimierende Antimythologie. Wie groß dagegen gelingende Mythologie sein kann, das habe ich vor einigen Jahren einmal in einem Kino erfahren. Mr. May oder das Flüstern der Ewigkeit. Ein Film, der sich mit unserem Nachdenken über Sterben und Gericht befasst und den man traurig und tiefgetröstet zugleich verlässt, denn er zeichnet das Porträt eines Mannes mit reinem Herzen. Ich möchte Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde, diesem Film zum Ende unserer Serie über die Dr. Ignorantia knapp erzählen, um meine eher trockenen Überlegungen ins volle Leben rückzuübersetzen. Mr. May, ein Mann undefinierbaren Alters, vielleicht so um die 50, ist in der Kommunalverwaltung des Londoner Stadtbezirks Kennington zuständig für Verstorbene ohne erkennbare Angehörige. Er muss die letzten Angelegenheiten regeln und steht gelegentlich sogar vor der Aufgabe herauszufinden, wer ein unbekannter Toter im Leben überhaupt gewesen ist. Und so durchforscht er die Biografien jener anonym gebliebenen Menschen, bemüht sich allfällige Bekannte und Freunde aufzufinden, schreibt den Pfarrern, Priestern, Popen und Rabbinern, die die Beerdigungen vorzunehmen haben, die Predigten, deren einziger Zuhörer er selbst dann meist ist, das Leben dieses merkwürdig peniblen Mannes ist einsam, so wie das Leben jener, deren Beerdigung er vorbereitet und durchführt. Er hat keine Kinder, er hat keine Frau, er hat keine Freunde, nicht einmal ein Haus, die hat er. Aber eine Familie hat er doch. Wenn er eine Akte endgültig schließt, entnimmt er ihr eines der aus Recherchegründen aus den Hinterlassenschaften der Toten herausgesuchten Fotos. Das trägt er dann nach Hause und klebt es in ein Album ein, in dem jeder der von ihm verabschiedeten vertreten ist. Abend für Abend blättert er dieses Album auf und schaut sich seine Verstorbenen an. In seinen 30 Dienstjahren hat Mr. May über 1000 Menschen beerdigt. Junkies, Obdachlose, Vereinsamte, mit ihnen lebt er. Dann aber kommt es zu einer für ihn persönlichen Katastrophe. Der neue Dienstleiter seiner Abteilung jung, forscheffizient schickt ihn in den vorzeitigen Ruhestand. Die Arbeit von Mr. May ist einfach zu aufwendig, zu teuer, zu nutzlos. Seinen letzten Fall darf er noch zum Abschluss bringen. Ein gewissen Billy Stoke, dessen Schicksal ihn besonders berührt, weil dieser Mann in seiner unmittelbaren Nachbarschaft gelebt hat, ohne dass er je von dessen Existenz gewusst hätte. Und er einsam gestorben war, nicht zuletzt, weil dieser Billy Stoke ein übler Wursche war. Gewalttätig, alkoholkrank, menschlich, wenig sympathisch. Die letzte Woche seiner Dienstzeit, die Mr. May verbleibt, ist ausgefüllt mit einer intensiven Recherche über das Leben jenes Mannes. Er spürt einige von dessen ehemaligen Arbeitskollegen auf, erfährt, dass Billy Stoke eine Tochter hat, deren Aufenthaltsort er herausfindet. Er besucht die Tochter, eine junge Frau, lässt sich deren tragische Lebensgeschichte erzählen. Kommt ihr dadurch näher? Man ahnt, da beginnt leise leise eine zachte Liebesgeschichte. Der Film, der bis dahin näher blassen Grautönen gehalten ist, gewinnt behutsam an Farbe. Mr. May trägt statt seines ewig steifen Anzugs mit schwarzer Krawatte erstmals ein Pullover über einem offenen Hemd. Über das ernste Gesicht huscht hier und da ein zaghaftes Lächeln. Dann kommt der Tag der Beerdigung von Billy Stoke und siehe, da hat sich aus ziemlich skurrilen Leuten. Nur einer fehlt, Mr. May. Was ist passiert? Es ist das beginnende Leben, das Mr. May das Leben kostet. Denn jener penible, zwanghafte Mann, der selbst bei grüner Fußgängerampel immer noch zweimal nach links und nach rechts schaut, ob da nur ja auch kein Auto kommt, hat zum ersten Mal begonnen, dem Leben zwanglos gegenüber zu treten und wird von einem Auto überfahren. Und während auf dem Londoner Stadtteil Friedhoff Cannington eine lustige Beerdigungsgesellschaft einen nichtsnutzigen Billy Stoke zu Grabe trägt, sieht man einen Leichenwagen vorüberfahren, in dem der tote Mr. May liegt, dessen Leichnam jetzt anonym bestattet wird. Rasch, kostengünstig, effizient. Sie werden sich vorstellen können, liebe Freundinnen und Freunde, wie deprimiert man als Zuschauer im Kinosaal ist. Aber dann kommt es zur Schlussszene des Films und da bleibt kein Auge trocken. Die Beerdigungsgesellschaft von Billy Stoke zerschreut sich, plaudernd, scherzend oder auch nachdenklich. Die Kamera zieht in die Totale. Das anonyme Grab von Mr. May wird sichtbar. Zunächst passiert nichts, 10, 15 Sekunden lang. Aber dann tauchen da plötzlich Menschen auf. Erst drei, dann fünf, dann zwölf, dann achtzehn, dann dreißig, dann hundert und am Schluss bald tausend. Und irgendwoher kennt man diese Menschen? Man hat sie im Laufe des Films alle schon einmal gesehen. Es sind die anonymen Toten, die Mr. May im Laufe seines langen Lebens beerdigt hat, deren Fotos in seinem Familienalbum zu sehen waren und die nun kommen, um ihn, den guten Menschen von Kennington, in der Ewigkeit Gottes als einen der ihren zu begrüßen.